Als ich die PS5 bekommen habe, war ich echt gespannt, welche Features sie mit sich bringt. Man weiß, dass die adaptiven Trigger ein neues Feature für die PS5 sind gegenüber der PS4. Das User Interface von der PS4 gegenüber der PS5 hat sich weitreichend verändert bei der neueren Version. Und es gibt einige Features, die Sony uns noch nicht erzählt hat und es gibt einige Updates, auf denen ich euch auf den Laufenden halten will. Hier eine kleine Challenge. Wenn du alle 10 Tipps und Tricks, die ich in diesem Video erwähne, kennst, dann schreib in den Kommentaren 10 von 10 und like dieses Video, damit andere es sehen können. Ansonsten, ohne Ausschweife, los geht's. Als allererstes das Kontrollermikrofon. Wer zu Hause Alexa oder Google Home hat, kann getrost skippen. Nein, Spaß. Für den einen oder anderen ist dieses Tipp wirklich essentiell. Das in den Kontrollern eingebaute Mikrofon kommt von Werk an aktiviert. Das heißt, egal ob du spielst oder nicht, das Mikrofon hört immer mit. Bisher gab es noch keine Hacker-Attacke, bei der das Mikrofon der Playstation angegriffen wurde. Aber sicher ist sicher. Normalerweise kann man einfach auf den Knopf des Playstation-Controllers drücken und es ist stumm geschaltet. Aber wenn du es wirklich ausschalten willst, solltest du unter den Einstellungen unter Ton und Mikrofon Eingabegerät Controller auswählen und unter Mikrofon-Status im eingeloggten Status auf Stumm schalten. Dadurch kann dann der Controller sich beim Einloggen nicht mehr einfach automatisch einschalten. 2. Die Variable Refresh Rate Auch VRR genannt. Es gibt mehrere Spielversprechen. 120 Hz. Beste Grafik. Und wenn es zur Realität kommt, siehst du oft Frame-Drops. Das Spiel lag bei schnellen Bewegungen und es sieht einfach unnatürlich aus. VRR gleicht dein Bildschirm an die Framerate, die es von der Source bekommt und gleicht es an, damit das Spiel trotzdem sehr flüssig bleibt und kein Tearing entsteht. Wer Spiele wie Call of Duty, FIFA, Gran Turismo spielt oder auch Fortnite, für die Fortnite-Spieler, möchte dieses Feature auf jeden Fall nicht missen. Mit den letzten Updates von Sony kam auch dieses Feature, endlich. Hierfür brauchst du aber einen Fernseher, der auch dieses Feature supportet. Welche diese sind, erfährst du in einem meiner nächsten Videos. 3D Audio Auch wenn es in den Anfängen meiner YouTube-Videos nicht das gesagt habe, Audio als neues Feature für die Sinne. So mussten wir lange warten, bis dieses Feature auch auf dem TV zugänglich ist. Es gibt verschiedene Kopfhörer, die dir 3D Audio anbieten. Aber ich rede hier nicht über das 3D Audio, das du von den Kopfhörern bekommst, sondern um den 3D Audio, den du eigentlich durch deinen Fernseher bekommen könntest. Und zwar, damit du ein immersives Erlebnis bekommst. Um dieses Feature zu aktivieren, gehst du unter den Einstellungen, Ton, Audio Ausgabe und aktiviere dort 3D Audio. Hierfür musst du den Mikrofon des Controllers in den Einstellungen wieder aktivieren, damit die Einstellung, die Messung der Raumakustik ermöglicht wird. Nachdem du die Messung beendet hast, solltest du deinen Gegner auch ohne Kopfhörer lokalisieren können. Schreib mir bitte, wie dieses Feature auf dem Fernseher bei dir funktioniert, damit ich weiß, ob es sich irgendwie von einem Fernseher zum anderen unterscheidet. Den Controller richtig ausschalten. Normalerweise schaltet sich der Controller aus, sobald man die Konsole ausschaltet. Und so sollte es auch natürlich normalerweise sein. Wer zum zweiten Controller greift, aber weil der erste wenig Akku hat, lässt meist den Controller liegen, der wenig Akku hat. Es gibt ein geheimes Feature, das selten kommuniziert wird. Und zwar, wenn du auf die Playstation-Taste des Controllers für mehr als 10 Sekunden drückst, schaltest du den Controller damit auch aus. PS Plus upgraden und kündigen. Viele wollen kostenlos Multiplayer spielen. Seit der PS4 ist das Spielen online nur mit kostenflächigen PS Plus möglich. Jetzt hat Sony sogar Xbox es gleich getan und ein 3-Tier-Abo-Modell bereitgestellt, die jeweils von mir abgekürzt 60 Euro Basismodell, 100 für extra, extra. Und wer alles haben will, was es an Playstation-Spiele gibt, PS1, PS2, PSP, kann das Premium-Modell holen für 120 Euro. Aber wer schon bereits PS Plus hat, kann zu einem dieser Modelle mit einem Aufpreis wechseln. Wie das geht, siehst du hier. Eine sehr wichtige Sache. Wer seine Bankdaten oder Paypal mit PSN verknüpft, wird unaufgefordert weiter verlängert, sobald man eins dieser Abos abgeschlossen hat und sich nicht speziell deaktiviert. Solltest du es nicht wollen, musst du unter den Einstellungen Benutzerdaten, Zahlung und Abonnements und auf PS Plus Abo klicken, dort unter Abonnement kündigen klicken und dann wirst du aufgefordert deine Meinung zu ändern und bestätigst damit, dass du deine Seele nicht verkaufen wolltest. Damit wird dein Abonnement mit Beendigung des Zeitraums, in dem du das gekauft hast, beendet. Ein weiteres geiles Feature von der PS5 ist ja Remote Play, bei dem du halt Remote, von dem Handy, vom Laptop oder am PC selber deine PS5-Spiele spielen kannst. Ein geiles Feature meiner Meinung nach, aber mit der richtigen Internetverbindung spielen sich die Spiele so, als wären sie wirklich auf dem jeweiligen Gerät gerendert und angezeigt. Aber mit einem Big Exclamation Mark. Ich habe versucht Ego-Shooter-Spiele zu spielen, um zu testen, wie schlimm die Latenz auf dem Endgerät ist und wie erwartet, es ist nicht zu empfehlen für Spiele, die eine schnelle Reaktionszeit erfordern. Wer es nicht wusste, auch wenn der Steam Deck für PC-Spiele konzipiert wurde, so kann man mit ein paar Tweaks auch Remote Play auf dem Gerät installieren und auf der Couch oder draußen in der Natur seine Spiele spielen. Also für die Leute, die ein Steam Deck haben, ab an die Tutorials. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich auch selber ein deutsches Tutorial dafür machen sollte. Ansonsten, falls du bis hierher zugeschaut hast, dann danke ich dir schon mal. Danke. Wir haben noch einige Tipps vor uns, aber lass ein Abo und ein Like da als Erinnerung, damit ich weiterhin solche Videos machen kann. Ab mit dem nächsten Tipp. Shareplay. Wer sein Spiel gerne einen Freund zeigen will, kann zum Beispiel die Share-Taste benutzen und Bild- oder Videomaterial einfach dem Freund senden. Man kann aber auch dem Freund, auch wenn er keine PS5 hat, den Controller virtuell rüberreichen und ihm das Spiel für die Session zocken lassen. Dafür musst du die PS-Taste drücken, um zum Control Center zu gelangen und wähle anschließend die Party-Sprach-Chatkarte aus, wähle Shareplay starten aus, lade einen Spieler ein und wähle anschließend den Spiele-Modus aus. Shareplay beginnt, sobald der Spieler beitritt. Es gibt leider hierbei einen kleinen Haken oder eher einen großen Haken. Nur Nutzer mit einem PS-Plus-Account können das mit dem Besucher-Spielen auswählen. Wusstest du eigentlich schon, dass du deine Spielzeit, die du in ein Spiel investiert hast, auch sehen kannst, und zwar musst du neben dem Zahnrad auf dein Profil gehen und auf Spiele, dort listen sich die Spiele-Übersicht, welche Spiele du eigentlich besitzt und in der Ecke steht, wie viele Stunden du da verbracht hast. Es ist schon interessant, wie viel Zeit ich in Warzone investiert habe. Zeig deine Spielzeit aber nicht deinen Freund oder Freundin oder deinen Eltern, damit es keine Diskussion gibt. Bessere Auflösung für Monitor-Gamer endlich! Ich suche gerne an einen PC-Monitor, da ich direkt das Geschehen vor mir habe und die Latenz einfach geringer ist. Wer genau wie ich einen 1440p-Monitor hat, hat immer in die Röhre geguckt, weil Full HD nur unterstützt wird von der Playstation. Seit ihrem Release. Tust du deine Playstation an einen Monitor anschließen, der kein 4K-Support hat, wirst du gezwungen, breit zu sehen. Dieses Problem soll bald mit einem neuen Update abgeschafft werden, denn das bald verfügbare Update, das zur Zeit in der Open Beta ist, soll dieses Feature ermöglichen. Sony hat aber allerdings einen Beitrag gemeldet, dass die 1440p-Option auf der Playstation 5 keine variablen Bildwiederholrate unterstützen wird. Also wer dieses Feature unbedingt haben möchte, muss leider entweder einen 4K-Monitor holen oder am Fernseher zocken oder sich mit Full HD auf dem Monitor begnügen. Dieser Tipp ist auf jeden Fall für jeden Gamer gedacht, der einen Controller auf der Playstation 5 benutzt. Und besonders für Linkshänder. Ihr könnt die Einstellung der Tastenbelegung der Controller nach eurem Belieben ändern. Das heißt, der Viereck könnte dein Dreieck sein und der X-Button dein Kreis. Um die Einstellung der Controller-Tastenbelegung zu verändern, geht ihr auf Unter Einstellungen, Barrierefreiheit, Controller, angepasste Tastenzuweisungen, dann auf Tastenzuweisungen anpassen. Und hier seht ihr, wie ihr die jeweiligen Controller-Tasten auch ändern könnt. Jeweils nach eurem Belieben. Besonders für Linkshänder ist das Schöne, ihr könnt den rechten und linken Stick austauschen. Das heißt, für die Leute, die Call of Duty zocken und sich wünschen, nur die Analog-Stick nur umtauschen wollten bei den Einstellungen, das können sie auch hier tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps helfen. Lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten wie immer Leute, ciao! Ciao!